Das muss man sich mal vorstellen. Sie strahlen im sichtbaren Licht mit einer Leuchtkraft, die bis zu 10 hoch 14 mal größer ist als die der Sonne. Das ist 100 Billionen mal heller. Kaum zu glauben. Wow, die Rede ist von Quasaren. Das sind die Zentren von aktiven Galaxien und bis heute haben wir mehrere tausend solcher Quasare entdeckt. Sie sind die hellsten bekannten Objekte in unserem Kosmos. Und das Paradoxe, es sind schwarze Löcher. Moment, klickst du um Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen! Und vielen Dank für euren Themenvorschlag, den ihr mir über WhatsApp geschickt habt. Den Link zu WhatsApp findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es die Links zu den Videos schon vor der Veröffentlichung hier auf YouTube. 1960 hatten Forschungsteams rätselhafte Radioquellen am Himmel aufgespürt, die genau wie Sterne Radiowellen ins All schickten. Doch es konnte sich nicht um Sterne handeln, denn dafür waren sie viel zu weit weg. Das, was die Signale aussandte, war also entweder extrem lichtschwach oder aber unsichtbar. 1962 hatte man dann bessere Instrumente am Start und den Forschungsteams gelang es doch etwas zu erkennen. Also doch schwach leuchtende Sterne. Jedenfalls unvorstellbar weit weg von uns. Das Licht hatte mehrere Milliarden Jahre zu unserer Erde gebraucht und so konnte es sich eigentlich nicht um einen Stern handeln, denn diesen hätte man aus solch einer Entfernung gar nicht sehen können. Ein riesiges Rätsel für Astronominnen und Astronomen weltweit. Die große Frage also, was steckte wirklich hinter diesen mysteriösen Objekten? Fest stand zumindest schon mal ihr Name. Getauft hatte man die kosmischen Objekte, Quasar abgeleitet von Quasi-Stella. Es brauchte noch einige Zeit, bis bessere Teleskope entwickelt worden waren, die dann endlich die Auflösung des Rätsels mit sich brachten. Quasare sind die Kerne von Galaxien, die besonders viel Radiostrahlung aussenden. Konkret gesagt sind Quasare die Kerne von aktiven Galaxien, anders als unsere Milchstraße, die so gut wie gar nicht aktiv ist. Erst ganze 36 Jahre später konnte eine Würzgalaxie der Quasare fotografiert werden. Das gelang dem Weltraum-Teleskop Hubble und machte somit noch einmal deutlicher, dass es sich bei den kosmischen Objekten um die hellen Kerne von Galaxien handelt. Theoretische Physikerinnen und Physiker erkannten schnell, dass die unfassbare Leuchtkraft der Quasare nicht mit der thermonuklearen Fusion, wie es bei Sternen abläuft, zu erklären ist. Stattdessen sorgen schwarze Löcher dafür, dass Quasare heller leuchten als Milliarden von Sternen. Ein wenig Paradox. Diese sitzen in der Mitte von großen Galaxien und sind supermassereich, etwa so schwer wie ein paar Millionen Sterne. Doch das allein erzeugt noch nicht die unfassbare Leuchtkraft der Quasare, sie sind ja schwarze Löcher, sondern erst ihre Kombination mit großen Gaswolken zu finden, sind diese überall in einer Galaxie, besonders gehäuft aber tatsächlich in ihren Zentren. Wenn sich solch eine Gaswolke dann einem schwarzen Loch nähert, bewegt sie sich zunächst um dieses herum. In spiralförmigen Bahnen wandern die Gasteilchen immer weiter auf das Loch zu und fallen irgendwann hinein. Eine Scheibe aus Staub und Gas umgibt also das schwarze Loch und leuchtet dabei extrem hell, wird aufgeheizt durch diese Bewegung. Die Akkretionsscheibe. Dafür sorgen zwei Phänomene. Zum einen die Wechselwirkung der Teilchen mit dem Magnetfeld des schwarzen Lochs und zum anderen die ganze Energie, die die Teilchen auf ihren Spiralbahnen verlieren, eben sich aufheizen und so ins All abgeben. Und so leuchtet die Scheibe um das schwarze Loch herum extrem hell, obwohl es selbst kein Licht abgibt. Nicht das komplette Gas wird dann in das schwarze Loch gesogen. Zwei große Ströme werden entlang der Magnetfeldlinien ins All geschleudert und zwar mit sehr hoher Geschwindigkeit. Diese sogenannten Jets können unvorstellbare Millionen Lichtjahre lang sein. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass sehr aktive Galaxien mit starken Vasaren in ihrem Zentrum weniger Sterne hervorbringen. Schließlich ist dafür nach einiger Zeit nicht mehr genug von dem benötigten Gas vorhanden. Im vergangenen Jahr 2017 hat ein OS-Forschungsteam übrigens den bislang entferntesten Vasar überhaupt entdeckt. Sein Licht benötigt mehr als 13 Milliarden Jahre bis zur Erde. In dem Galaxiekern befindet sich ein schwarzes Loch mit 800 Millionen Sonnenmassen. Dieser Fund liefert der Fachwelt viele spannende Informationen zu der frühen Geschichte unseres Universums. Denn es ist ja bekannt. Seit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum aus und damit natürlich auch das Licht, das von solchen weit entfernten Objekten zur Erde kommt. Physikalisch gesehen verschiebt sich die Wellenlänge des Lichts damit und zwar in den roten Bereich. Somit können Experten und Expertinnen berechnen, wie lange das Licht gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Bei diesem weit entfernten Quasar waren es wohl 13,1 Milliarden Jahre. Das entspricht einer Rotverschiebung von 7,54. Ziemlich krass also. Denn die Aufnahmen des Galaxiekerns zeigen ihn somit also, wie er 690 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesehen hat. Ein super spannender Blick in die Vergangenheit also. Und nicht nur das. Quasare sind auch enorm praktisch für uns. Im International Celestical Referencesystem, einem Koordinatensystem für Sternen und Planeten, werden sie als Referenzpunkte genutzt. Denn sie sind nicht nur enorm hell und gut zu sehen, sondern scheinen sich von der Erde aus gesehen kaum zu bewegen. Natürlich bewegen sie sich doch. Doch wir bekommen hier aufgrund ihrer Entfernung kaum etwas davon mit. Wow! Ja, es gibt ja schon irre Phänomene da draußen und wir berichten hier täglich drüber. Wenn ihr kein Video zu diesen und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert Klick Zoom auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Dafür einfach hier draufklicken und darunter geht es weiter mit Exciting Discovery – Monster Galaxy has more stars than the Milky Way. Bis bald hoffentlich auch auf dem englischen Kanal. See you soon! Stay tuned!